Also ich habe hier zwei Jack Russell Rüden, die dürften Brüder sein, der eine ist doppelt so groß wie der andere, leider springen sie jetzt am Meer hoch, also wem Jack Russell gefallen sind hübsche Brüden, sie werden im nächsten Jahr kastriert, das wissen sie dann noch nicht. Und ja, der eine ist ziemlich, also die Hälfte, sind beide klein, also niedrig, aber der andere ist ein bisschen breiter. Ja, und das ist in der andere. Na, du kleiner Pupp, du.